Hier bin ich, mitten! Wir müssen mich vom Himmel holen! Ich bin so stark! So stark wie ein Gott! Und ihr habt den Umgang! Ich werde euch die Binderwertig mit Sachen brechen! Kommt schon, Jet! Wir müssen ihn erledigen! Ich versuch's ja so! Wir müssen die Uhr! Wir werden dir den Achtel noch haben! Ja, du Schall! Jetzt bist du dran! Wir müssen ihn am Himmel holen! Dann gehen wir auf den Rucksack! Ich werde mich nicht mehr aufnehmen. Wir sollten dir den Arsch krimelot haben! Ja, du Schwein! Jetzt bist du dran! Du Schwein! Jetzt bist du dran! Zieh ihn auf den Rucksack! Komm schon, Jett! Wir müssen ihn erledigen! Ich versuch's ja so! Ja, du Schwein! Jetzt bist du dran! Du musst mal den Arsch krimelot haben! Ja, du Schwein! Jetzt bist du dran! Wir müssen ihn vom Himmel holen! Zieh ihn auf den Rucksack! Ich versuch's ja so! Ich versuch's ja so! Ich versuch's ja so! Wir müssen den Arsch krimelot haben! Ja, du Schwein! Jetzt bist du dran! Ich versuch's ja so! Ich versuch's ja so! Ja, du schaff's ja so! Ja, du schaff's ja so! Ja, du schaff's ja so! Ich versuch's ja so! Ich versuch's ja so! Er fiss's! Mann! Haben wir ihn erwischt? Ich weiß nicht! Sei vorsichtig! Ich versuch's ja so! Ihr seid nicht! Ich versuch's! Ich versuch's! Ich bin erschossen in ihrer Bewegung! Du bist krass, Mann! Danke, Schwester! Gegner markiert! Ah, da bist du ja! Bin wieder da, Mann! Lass uns Kackspechte jagen! Ich höre noch in die Form! Was? Ich bin der Einzige, der die Menschen anbaut! Bleib vor der Apokalypse! Oh, yeah! Los, 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 los! Heiß sie meins! Wir schaffen das, Jen! Ich glaub an die, Schwester! Es war meine Bestimmung! Eine neue Welt im Winter zu erschaffen! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Stolz du bist? Das ist nicht, liebe Schwester! Oh, Mann! Ich bin der Einzel-... Ich bin der offensichtlich! Oh! Nichts! Nein, denn! Auf. Aua! Ich könnte ihr hin- Ich kümmer mich nicht. Doch nicht nur, dass du die beste Schwester der Welt bist! Ja, gerade ihn! Achtung! Er will nur von Verstärkung! Wieder ein sehr voller Schwester! Nichts! Kann uns treibere Schiedstoffe! Er vorwärts noch nur sein Füße zu landen! Ich schicke euch! Ich schicke euch in die Hölle! Böse! Oh, bitte! Oh, die Bröse! Es warme, meine Damen! Es ist engerde! Hey, Soph, was glaubst du, was du so machst in dieser anderen Dimension? Ich schreibe mein erstes Buch. Und worüber? Zwei Schwestern. Abenteuer auf der ganzen Welt ist echt verdammt gut. Da weck ich drauf. Und du? Wahrscheinlich bin ich irgendwo draußen. Den weiten Himmel über mir, den Wind im Gesicht. Erden um mich rum. Genieße das Leben. Hamburger, ja? Als Hopp! Abenteuer auf der ganzen Welt. Abby, mach das nie wieder! Was denn? Den Kerl finden, den dein FBI nicht fand? Scheiße. Hört mal alle her! Fürs Erste haben wir den Plänen des zweiten Regimes einen Riegel vorgeschoben. Aber nicht auf Dauer. Wir schaffen das nicht allein. Nur mit unseren Verbündeten überall auf der Welt. Warte, heißt das etwa... Ihr geht? Solange wir weg sind, übernehmt ihr das Ruder. Das kriegen wir hin. Ja, das können wir. Unsere Mädels kriegen alles hin. Aber klar doch! Oh yeah! Und was jetzt? Jujus und Lothars Freunde in Berlin werden die Stadt nicht verschonen. Wer werden sie erwarten? Gut. Seid ihr zwei so lange bereit für einen Auftrag? Schieß los! Cloudologie, wie ihr könnt. Wir müssen uns vorbereiten. Und worauf? Ihr wisst schon, die Apokalypse. Hey, alles klar. Wenn sich die Nazis in die Luft schwingen, machen wir das auch. Wir werden diese Schweine auf gar keinen Fall gewinnen lassen. Auf keinen Fall. Es fängt bald an zu regnen, Mädels. Wir werden sie nicht 35 Jahre lang. Ich freue mich. E-mütter – Ja, ich wünsche dir das Fahrt. Was ist es ihr? E-mütter – Ja! D-d. Ein früh, was wird er? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020